schon eine reingehaut mal ein abhängig und in der Stadt der Welt die erschienen damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Seht aber schon wieder noch loose aus. 1 zu 4 oder was? Wenn ich schön sehe, wo die rumgurigen. KV13. Der hier. Ein Monat, drei wäre ich auf der kurzen Entfernung sowieso nicht durchgekommen. Fahr vorbei. Oh nein, schieß doch nicht auf den Turm. Schieß hinten auf den Arsch. Sehr schön. Gutes Teamwork. Ob es gewollt war oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gut funktioniert. Amix 1390. Fallen ich, wie sie mit der mit dem 8.0 so in die Schlacht kommt. Sehr schön. KV Panda. Der Jagd-Tiger da hinten ist auch Pro-Gamer oder was? Der hat zwar vier Abschüsse, aber der steht ja nur ganz hinten. Der Jagd-Tiger, da formt er auch das alles. Ich ne Wette, der hat nicht so viel Schaden gemacht. Sehr schön. Jetzt hat er eingekriegt. Hier. Wieder abgestabt vom Jagd-Tiger. 1390. Ein Motor-Tag 45 habe ich mal auf den, der wenig habe. der Jagd-Tiger hat. Der Jagd-Tiger hat. Der 1390 war nicht genehm. Sehr schön. Jetzt ist er so schön abgelangt, der 103. Äh, M 103. Sehr schön. Tiger-Tiger schießt mit Sicherheit mit Goldmonie. Jetzt wird er nicht so locker durch den M 103 durchkommen. Ja, Tiger-Tiger macht der M 103 platt. das ist ja ganz logisch schön das hat auch ein Trommelmagazin sehr schön jetzt darf der Jagd-Tiger doch nochmal zeigen was er kann mit den Insektsabschissen er fährt nur da drüben lang krass ich wollte es gerade schreiben nein sehr schön oh nein er brennt lösch dich schön schnell gelöscht oh da rennt sein Trommelig ganz rum und Tiger holt FCM kann ich arbeite für ein Tiger wenn man das Arbeiten nennen kann. Oh nein. Oh, da kann sein Turm doch ganz rumdrehen. Gut zu wissen. Oh, da haben wir auch einen Jagdpfarrn da. Ich glaube, der steht auch mit hinten. Ah, der Jagd. Der Klug von Jagdtiger, da kann man nichts sagen. Sexy Snowpanzer. Aber daneben, aber weit daneben. Jagdtiger zieht auf dem Amix statt das aufgespottet, oder? Ne, ne, ne. Das Iso fährt nicht auf dem Spot, das fährt hier rüber, glaube ich. Und dann fährt er auf dem Spot. Ah, das ist Iso 30. Da wird's noch bezahlt. Sehr schön. Schade, schade. Okay, dann denke ich mal, dass das Spiel verloren ist, weil der Jagdpfarrn jetzt rüber zur Artie fährt. Und wir starten einfach mal den nächsten. Ah, das hab ich noch erinnern, und zwar der. Naja, starten wir den mal. Starten wir den mal. Ich will mich gerade aufregen, dass ne 10er Schlacht ist, aber ich hab auch selber nen 10er. Wo fährt man denn hier mal hin? Recht drum, man dann oben auf dem Hügel irgendwie so, in der Richtung. Mein Fürst hier 10. Ich weiß nicht, was ist der Zweite. Ja, das kann nicht jeder 100.000 10er Panzer haben. Ich weiß nicht, was ist der Zweite. 16 Panzer, das ist ja fast wie bei mir. Ich war 5.000. Bells und hab einen 10er. Ich muss ja auch nicht auf einen Panzer, so. Beschränken, sag ich mal. Macht da kein Spaß, wenn man immer denselben spielt. Und auf den Spot ist es schon mal. wenn schon einer auf dem Spot ist, ist es schon mal beschissen okay, er scheint noch offen zu sein er hat auf jeden Fall schon mal eingehämmert da bin ich zwar aufgespottet, aber ich bin einfach mal zurück, erinnert ihn aus hier ich kann jetzt das Objekt von drücken auf mich schießen vielleicht wird es noch mal aufgespottet der Leopard müsste noch mal das, ja da, die 75, das ist ja auch schon scheiße, musste da in die Mauer gehen ich hätte auch mal das Glück gehabt und können, dass er drüber geht aber ne, Michi darf keinen Glück haben ich weiß nicht, hier im Spiel müssen wir versuchen noch ne, 75 wieder aufzuspottet, sonst macht er gleich unseren T71 ja da ich kann es versuchen ja, da ist abgeballt ST1 oder STI ja, sehr schön und dann bin ich wieder aufgespottet und passen das ständig vom Hügel auf die Schnauze krieg jetzt muss ich leider wieder weg sein das ist ja schon mal was neu ist ich bin auch nicht ich bin auch nicht immer perfekt ich bin eigentlich nie perfekt aber ganz bescheuert stelle ich mich meistens nicht an und ich riskiere auch manchmal was ich bin zu viel, meistens aber das macht mir nichts wenigstens weiß ich, dass ich nicht hinten gestanden habe aber nichts, was Team gemacht hat kommen wir noch einen Millimeter weiter vor pulverisiere dich nicht hier 4 sehe ich auch das ist gut ich kann steh nochmal einen drauf ach, das gibt es doch nicht steht sonst normal ist eigentlich im Kreis, ja aber der T71 steht auch drin, deshalb nicht nicht das ist das ist nicht das ist ja ich bin gut nicht ich bin es sicher nicht nicht ich bin das ist nicht nicht das ist Ah, ich bin gespottet. Ah, trifft ihn. Ah, schön. Gott. T71 steht natürlich wieder gut. Ah, da hat er eingehammert. So schön, diese müssen sich noch kriegen, den IS-7. Und das ist noch das Objekt. Sehr schön. Ach, das war doch wieder ein Loose. Einz der Fünf.